Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst, kommen wir mal zu einem schwierigen Thema. Sarah Wagenknecht bei Anne Will gestern, es ist so furchtbar, ich kann es euch nicht sagen, aber bevor wir anfangen, muss ich euch erstmal warnen, liebe Zuschauer, ihr solltet diese Sendung nicht weiter gucken, wenn ihr irgendwie, ja, wenn ihr so ein bisschen illiberal seid, wisst ihr, weil ihr werdet meine Standpunkte wahrscheinlich nicht mögen dann, wisst ihr, ich habe mir ja mittlerweile überlegt, also man geht ja einen Prozess durch Corona, mit Corona geht man ja als Mensch durch einen schwierigen Prozess, man überlegt, man ändert auch hier und da vielleicht mal seine Sichtweise auf das eine oder andere, aber ich bin mittlerweile, ich bin mittlerweile völlig falsch abgebogen in die Wallerei, es ist ein Kraus, ein Jamertal, ich kann es euch nicht sagen. Ich bekomme das in letzter Zeit immer so mit, irgendwelche Leute, ja, die Studien sagen dies und die neuesten Gutachten sagen das und keine Ahnung, Lauterbach dies und Drosten jenes und Bhakti und Johannidis und weiß der Geier wird einem so um die Ohren, um die Ohren gehauen die ganze Zeit von allen möglichen Richtungen. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, ich weiß von nix, mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Ich weiß nur, dass mich die Church of Corona hier in Deutschland mittlerweile nervt. So, versteht ihr, so grundsätzlich. Es gibt gar kein Argument, dass ich irgendwie hören will und dass ich beweisen oder entkräften möchte, versteht ihr, ich leide unter Argumentationsverstopfung sozusagen, versteht ihr, das ist so ähnlich wie die andere Verstopfung nur, es ist mehr so, so, so hirnbasiert und ich will einfach nichts mehr hören über dieses Thema. Und auch diese Leute, ich ziehe ja wieder diese Affäre mit diesem Kimmich und irgendwie, versteht ihr, weil ein deutscher Fußballspieler aus unerfindlichen Gründen sich nicht impfen lassen will, äußern sich gefühlt 50.000 Funktionäre des deutschen Fußballs, Kimmich dies und Kimmich das und Kimmich wird angegriffen und Kimmich ist so dumm und Kimmich ist der letzte Depp und es ist so. Ich will aber nix hören von Kimmich, versteht ihr. Ich kann dazu nur sagen, es ist seine persönliche Entscheidung. Wenn er sich nicht impfen lassen will, will er sich nicht impfen lassen. Mein Nachbar, als ich aus Urlaub zurückkam, hatte mir erzählt, er hat sich auch nicht impfen lassen. Dann, einen Monat später, habe ich erfahren, mein Nachbar hatte Corona oder hat Corona, seine Frau auch und sind beide jetzt mittlerweile genesen. Sie haben ihr genesenen Zertifikat. Na gut, die beiden sind noch so. Er ist so um die 40, sie ist vielleicht noch mal so zwei, drei Jahre jünger. Ja, mein Nachbar, ich will jetzt nix beschönigen oder sowas. Mein Nachbar meinte nur so zu mir, ja, ich glaube nicht, dass er sagen wollte, es ist wie eine Erkältung, sondern es war so, Corona zu haben, fühlte sich an, wie eine schwere Erkältung zu haben. Ihr seht also, die Schwurbelei meines Nachbarn hat sein Menschenleben nicht gefährdet. Er ist noch am Leben. Er treibt immer noch sein Unwesen in Frankfurt am Main. Aber diese Church of Corona und diese, wie soll ich sagen, die Jünger des Holy Lauterbach, des einzig wahren Corona-Papstes, der der einzige Hüter, der eine Corona-Wahrheit ist, neben der es keine zweite Wahrheit gibt, diese Leute gehen mir auf die Nerven. Versteht ihr? Es geht gar nicht um den Inhalt. Sie gehen mir grundsätzlich auf die Nerven. Und ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich mir diese Anna-Will-Sendung angucken soll, aber dann dachte ich mir so, nein. Dann würde ich ja wieder, versteht ihr, dann würde ich ja wieder den Jüngern der Church of Corona auf den Leim gehen und würde mich von ihnen zum Affen machen lassen. Die Wahrheit ist, es ist mir einfach scheißegal, was ihr denkt. Steht ihr, es ist mir kack egal, was ihr denkt. Ich habe mich vor dem Mai, habe ich mich impfen lassen mit Johnson & Johnson, aber ich finde es auch irgendwie komisch. Also wie gesagt, ich will gar nicht inhaltlich auf irgendwas einsteigen. Es gibt nichts, wovon man mich überzeugen müsste, aber es gibt so Dinge, finde ich halt komisch. Ich meine, irgendwie ist das doch merkwürdig, wenn ich geimpft bin, um dann trotzdem zu erkranken. Und das habe ich noch nie gehört. Also das sind alles so Punkte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber man kann sagen, unterm Strich denke ich, dass diese ganzen Koryphäen, also dass zum Beispiel der Holy Lauterbach in Wahrheit viel weniger weiß, als er zu zu wissen vorgibt oder viel weniger gerafft hat, als er zu raffen vorgibt. Und dass auch die Leute, die über dieses Thema hinweg, da sind die Bullen, die kommen euch holen, dass die Leute, die vorgeben, über dieses Thema hinweg so eine Art Dauerreichsparteitag in allen sozialen Medien veranstalten zu müssen, die ist unglaublich dumm. Versteht ihr? Ich bin dagegen. Warum? Weil ich irgendwas davon leugne? Nein, ich leugne gar nichts. Ja, aber feiner, wie kannst du dagegen sein? Wieso entscheiden? Ich bin dagegen. Warum nur? Weil ich's kann. Weil ich es kann, versteht ihr? Es ist mein fucking Menschenrecht, dagegen zu sein. Ich bin dagegen, 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 dagegen. In einer Million Jahren werde ich noch dagegen sein. Aber wogegen bist du denn, Rainer? Weiß ich nicht. Aber ich bin trotzdem dagegen. Ich bin dagegen, weil ihr dafür seid und weil ich euch nicht mag. Deswegen bin ich dagegen. Ja, aber Rainer, es gibt Studien. Egal. Ich bin dagegen, diese Studien zur Kenntnis zu nehmen. Mich interessieren diese Studien nicht. Ich hab meine Studie, mein Nachbar ist meine Studie. Er lebt noch. Aber Rainer, du bist verantwortungslos. Du bist ein Schwurble. Du drehst frei. Egal. Ich werde frei drehen. Es ist mein Menschenrecht. So frei zu drehen, wie ich will. Ich bin einfach nur dagegen. Studien interessieren mich nicht. Irgendwelche Ergebnisse interessieren mich nicht. Lauterbach. Lauf ich nicht. Lauterbach ist ein Babsack. Lauterbach ist ein klebriger, grüner Fleck. Versteht ihr? Nichts weiter. Hehehehehehehehehehe. Ich bin der Teuflischreiner. Versteht ihr? Ich bin der Antichrist. Der Anti-Lauterbach. Ich bin dagegen. Dagegen, 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 dagegen. Warum? Weil ihr dafür seid und weil ihr euch so aufwegt. Du musst nicht mehr studieren. Mich interessieren eure Studien aber nicht. Ich bin trotzdem dagegen. Ich weiß zwar nicht genau, worum es geht, aber ich bin dagegen. Versteht ihr? Noch im Tode werde ich mich mit meinen blutigen Fingern an dir festkrallen. Und meinen letzten Atemzug werde ich darauf verwenden, um aus voller Lungenkraft zu schreien. Nein! So, jetzt weißt du es. Ja. Leg dich drauf, hyperventilier, verstehst du, hyperventilier, bis dir eine Zornader platzt irgendwo auf der Stirn oder sowas und du die Menschheit erlöst von deiner grönten Kackerei und deinem aufgeblasenen, selbstgerechten Besserwisser tun. Ich bin dagegen. Wie kannst du nur so kindisch sein? Weil ich es kann. Mein Standpunkt sollte hiermit irgendwie klar geworden sein. Und in diesem Sinne, ja, ich finde das Buch von der Wagenknecht immer noch gut. Ihre Thesen zu Corona weigere ich mich. Also da habe ich gar keinen Bock mehr, das durchzulesen. Ich habe mir ja noch nicht mal die Thesen der Church of Corona und vom Heiligen Lauterbach durchgelesen. Warum soll ich mir dann Wagenknechtsthesen durchlesen? Aber ich finde es gut, versteht ihr, ich finde es gut, weil sie einfach nur dagegen geht. Und alle holen sie rum, seht ihr. Könntest du nochmal kurz diesen Artikel anschauen. Bla, 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 bla. Seht ihr, Henning Welz so, ich will und werde Wagenknecht nicht mehr erklären. Du musst sie auch nicht erklären, das ist ja auch nur ihre Privatmeinung. Sie sitzt nicht da bei Anne Will als Parteivorsitzende der Linken. Sie sitzt da als die Autorin Sarah Wagenknecht. Was gibt es denn da, was ist denn daran so schnell zu verstehen? Wen repräsentiert Wagenknecht bei Anne Will? Die Linke nicht. Ja, sie repräsentiert sich selber. Die Linke ist ja auch nicht da. Du, du vernagelte Jule. Dann Henriette Quade. Oh Gott, das klingt so äthepetete. Ihre Schwurbelei gefährdeten Menschen, sie braucht keine Podium, sondern Widerspruch. Und du, Quade, weißt du, was du brauchst? Du brauchst mal, dass du aus dem Bundestag fliegst und dann mal so eine ordentliche Packung H4. Dann wirst du nicht mehr so äthepetete sein. Wagenknecht, Position sein mit der Linken unvereinbar, sagt Raul Selig. Egal, den überspringen wir mal, den kenne ich nicht. Und Dietmar Bartsch distanzierte sich indirekt. Das ist klug von ihm. Und seht ihr, das ist auch ein wichtiger Punkt, um den ich so am Rande mitbekommen habe. Der hat deutlich gemacht, aus ihrer Sicht geht es beim Impfen allein um den eigenen Schutz und nicht um Solidarität. Richtig. Jetzt mal ehrlich, Leute. Glaubt ihr, ich hab mich impfen lassen mit Johnson & Johnson wegen euch? Glaubt ihr das im Ernst? Ich bin zwar dafür, dass Hartz-IV-Empfänger mehr Geld kriegen und dass Kinder besseres Leben ermöglicht werden, auch wenn ihre Eltern nicht arbeiten gehen oder weiß der Geier. Da bin ich dafür, da bin ich solidarisch. Aber das könnt ihr mal komplett vergessen, dass ich mich impfen lasse wegen euch. Und denkt ihr, dass ich die Maske trage wegen euch? Nein. Die trage ich nur. Für mich? Ihr Nasen. Ihr Nasen. Aber die Situation auf Corona, das ist unsäglich, was für Pfosten. Was für Pfosten da sind. Jetzt seht ihr, Long Covid ist nicht umstritten, bla bla. Ja, Mowasat. Wer sonst? Er ist der größte Pfosten, kein Wunder, dass er ja nicht mehr im Bundestag sitzt. Ja, die Linke befindet sich seit Jahren im Streit mit Wagenknecht. Ein Teil der Partei gibt ihr eine Mitschuld. Jo, ja, wenn es euch nicht gefällt, ihr wisst ja, letzte Auswahl hat die Grünen. Ich würde sagen, zu dem Thema ist alles gesagt. In aller Frische. Euer Rainer Ernst. Haut rein. Euer Rainer Ernst.